Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produkttest. Heute stelle ich euch den AIPA Poolroboter für Boden und Wand vor. Den Link zum Produkt mit Rabatt und Kundenbewertungen findet ihr in der Videobeschreibung. Der AIPA Poolroboter ist eine innovative und leistungsstarke Lösung für die gründliche Reinigung eures Pools. Mit seiner Fähigkeit, sowohl den Poolboden als auch die Wände zu reinigen, bietet er eine umfassende Pflege für euren Pool und sorgt dafür, dass ihr immer ein sauberes und einladendes Schwimmbecken habt. Ein herausragendes Merkmal dieses Poolroboters ist seine starke Saugleistung. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Motor und hochwertigem Bürsten kann der AIPA Poolroboter selbst hartnäckigen Schmutz, Algen und Ablagerungen effizient entfernen. Er verfügt über robuste Bürsten, die dafür sorgen, dass auch die feinsten Partikel aufgenommen werden und hinterlässt euren Pool in einem makellosen Zustand. Dank seines intelligenten Navigationssystems plant der Roboter seine Reinigungsroute effizient und systematisch. Er erkennt Hindernisse und passt seine Route an, um sicherzustellen, dass jeder Bereich des Pools abgedeckt wird. Dies maximiert die Reinigungsleistung und stellt sicher, dass keine Stelle im Pool übersehen wird. Der AIPA Poolroboter ist äußerst benutzerfreundlich. Die Bedienung ist denkbar einfach. Setzt den Roboter einfach in den Pool und schaltet ihn ein. Er erledigt den Rest von selbst. Dank der automatischen Abschaltfunktion stoppt der Roboter, sobald der Reinigungszyklus abgeschlossen ist oder wenn er aus dem Wasser genommen wird. Dies sorgt für zusätzliche Sicherheit und Energieeinsparung. Ein weiterer großer Vorteil des AIPA Poolroboters ist sein kabelloses Design. Im Gegensatz zu vielen anderen Poolrobotern, die durch lange Kabel eingeschränkt werden, bietet der AIPA Roboter völlige Bewegungsfreiheit. Dies verhindert nicht nur das Verheddern von Kabeln, sondern ermöglicht es dem Roboter auch, alle Ecken und Winkel des Pools zu erreichen. Das kabellose Design trägt auch zur einfachen Handhabung und Lagerung bei. Der AIPA Poolroboter verfügt über eine lange Akkulaufzeit, die eine gründliche Reinigung des gesamten Pools ermöglicht, bevor der Roboter wieder aufgeladen werden muss. Dies bedeutet, dass ihr euren Pool ohne Unterbrechungen genießen könnt, während der Roboter seine Arbeit erledigt. Der Akku ist leistungsstark und langlebig, sodass der Roboter über mehrere Saisons hinweg zuverlässig arbeitet. Das leichte und kompakte Design des AIPA Poolroboters erleichtert das Herausnehmen und Reinigen des Geräts nach dem Gebrauch. Der Roboter ist handlich und einfach zu tragen, sodass ihr ihn problemlos aus dem Wasser heben könnt. Die Wartung des Roboters ist ebenfalls unkompliziert. Der Filterbehälter lässt sich leicht entnehmen und reinigen, sodass der Roboter immer in optimalem Zustand bleibt. Der AIPA Poolroboter ist für verschiedene Pooltypen geeignet, egal ob ihr einen Aufstellpool oder einen eingebauten Pool habt. Er ist in der Lage, unterschiedliche Oberflächenmaterialien wie Fliesen, Vinyl, Beton oder Fiberglas effizient zu reinigen. Diese Vielseitigkeit macht den AIPA Poolroboter zu einer ausgezeichneten Wahl für fast jeden Poolbesitzer. Ein weiterer wichtiger Aspekt des AIPA Poolroboters ist seine Umweltfreundlichkeit. Der Roboter arbeitet energieeffizient und verbraucht deutlich weniger Energie als herkömmliche Poolreinigungssysteme. Dies schont nicht nur die Umwelt, sondern reduziert auch eure Energiekosten. Außerdem benötigt der Roboter keine zusätzlichen Chemikalien, um effektiv zu reinigen, was ihn zu einer umweltfreundlichen Lösung für die Poolpflege macht. Die hohe Zufriedenheit der Kunden, die den AIPA Poolroboter bereits verwenden, spricht für sich. Viele Anwender loben die einfache Handhabung, die gründliche Reinigungsleistung und die Zuverlässigkeit des Roboters. Darüber hinaus bietet AIPA eine Garantie auf den Poolroboter, sodass ihr sicher sein könnt, dass ihr ein qualitativ hochwertiges Produkt erhaltet, das lange hält. Zusammengefasst bietet der AIPA Poolroboter für Boden und Wand eine bequeme und effektive Lösung für die Poolreinigung. Mit seiner starken Saugleistung, der intelligenten Navigation und dem kabellosen Design ist er die perfekte Wahl für jeden Poolbesitzer. Die lange Akkulaufzeit, das leichte und kompakte Design sowie die Vielseitigkeit in der Anwendung, machen diesen Roboter zu einem unverzichtbaren Helfer für die Pflege eures Pools. Darüber hinaus ist der AIPA Poolroboter umweltfreundlich und trägt dazu bei, die Energiekosten zu senken, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen. Vielen Dank fürs Zuschauen! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal für weitere Produkttests. Bis zum nächsten Mal!